Thorsten Legert hat eine ganz klare Meinung. Aktuell testen sein Sohn Nico und dessen Freundin Sarah bei Temptation Island ihre Treue. Bereits zu Anfang gibt der 24-Jährige Gas und flirtet, was das Zeug hält. Auch ist bekannt, Nico knutscht in den kommenden Folgen mit der Verführerin Siri herum und betrügt damit seine Freundin Sarah. Doch was sagt Thorsten zu dem Verhalten seines Sohnes? Die TV-Bekanntheit verteidigt im Netz den Betrug seines Sprösslings. Da, wo die Liebe hinfällt. Der 54-Jährige nimmt den Unruhestifter in Schutz. Mein Sohn ist für sich selbst zuständig. Der hat eine gute Erziehung genossen. Ob er das umsetzen kann, weiß ich nicht. Das Verhalten des Vater-Sohn-Duos scheint Sarah nicht zu gefallen. Da weiß man, wo die verdrehte Wahrnehmung herkommt. Na, bei diesem Drama freuen sich die Temptation Island-Fans sicherlich umso mehr auf die kommenden Folgen.